Klar, es ist einfach so, dass es ein sehr intensives Spiel war und beide Mannschaften haben Chancen gehabt. Wir haben auch mit Manuel einfach im Tor, ja für mich, ich sage es ganz immer wieder wiederholen, den weltbesten Torhüter. Er hat uns im Spiel gehalten, auch bei Passituationen. Und ich finde, Paris hat eine exzellente Mannschaft und Neymar ist einfach ein Fußballer, der Spaß macht, der eins gegen eins liebt, der normalerweise wirklich auch schwer zu bespielen ist, aber wir haben es heute ganz gut hinbekommen. Und deswegen ist es einfach auch eine Sache, der Respekt auch dem Gegner gegenüber, wenn er verloren hat, ist es einfach auch immer für mich wichtig und deswegen bin ich da hingegangen. Klar, die Trainerkollegen kenne ich natürlich alle und deswegen ist es da auch einfach nach dem Spiel dann hinzugehen und sich auch nochmal zu bedanken für so ein Spiel, weil ich glaube, das war für alle, für die ganzen Zuschauer vor den Bildschirmen einfach ein tolles Spiel. Ja, dann machen wir das wieder ganz schön. ... ... ...